und damit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge let's play abett armys heute spielen wir die mission all can und wir müssen hier in 20 minuten 20.000 ressourcen sammeln ich lass mich mal überraschen ob wir das hinbekommen und damit würde ich sagen starten wo das die map bank du 20.000 ressources in 20 minuten immer schon einiges hier an mal die map kommen auch irgendwie wieder bekannt vor was haben wir hier ok wir haben hier also echt schon einiges was haben wir hier noch stehen manchmal verstehe ich das nicht so ganz wir bauen erst mal das hier erst mal eine barrage konstruktion rombo hat natürlich mal wieder hier eine atombombe wer auch immer wo der steht warum wir hier ist noch ein bisschen ja echt keine ahnung von wo die kommen können ich frage ob sie jetzt irgendwie was von denen schon angreifen werden oder ob die hierher kommen ich habe keine ahnung nichtsdestotrotz werde ich vorsichtshalber mal ein paar einheiten dahin schicken da habe ich mich erschrocken natürlich echt die frage von wo die kommen werden ja der ist ein bisschen sinnfrei den motor polen kommen wir mal zurück dann machen wir einen von dem was haben wir hier ok sie kommen also von hier das sind die kompletten 20 minuten durchhalten oder müssen wir nur 20.000 sammeln so dann brauchen wir ja wo ist man auch hier die sind auf jeden fall weiß ob es kann man halt dieser namen erkennen und haben natürlich atombomben was mir überhaupt nicht gefällt weil ich hasse gegen leute zu spielen die atombomben haben na da kommt schon der nächste naja ich werde dann wahrscheinlich auch irgendwann mal hier ein bisschen aufrüsten müssen oh da kommt noch eine ganze flotte an noch ein rubschrauber dazu ich wusste dass er den dahin ballert das war mir irgendwie klar das war mir irgendwie klar mach ich mach gerade eben so brauchen wir erstmal ein techcenter dann komm wieder zurück kommt wieder zurück wieder zurück kommen So, jetzt versuchen wir nämlich wahrscheinlich auch langsam hier in die Ecke zu kommen. Meinst du das ernst? So, wir müssen hier nochmal einen hinbauen. Dann bauen wir hier... Ja, wir bauen dann noch einen von und bauen nochmal ein paar Panzer. Die kommen eigentlich nur von hier. Wir können ja echt mal Risiko spielen und lassen uns wirklich nur einfach die Viecher sammeln und geben nix großartig an Kohle aus, außer zu reparieren. Das kostet jetzt auch noch ein bisschen viel Kohle. Pferde, was hat denn auf den gerade geschossen? So, jetzt haben wir hier auch wieder ein paar Turrets. Wenn die jetzt wirklich nur von hier kommen sollten, dann sollte das eigentlich machbar sein, wenn wir jetzt einfach warten. Ich lasse das jetzt echt mal drauf ankommen, weil der hat die Atomung wahrscheinlich sowieso gleich wieder da rein. Könnte ich mir mal vorstellen. Oder haut sie aber hier bei uns mit ins Lager. Das kann auch sein. Ich habe gesagt, ich habe ja die Vermutung, dass sonst der hier wieder reinkloppt. Und jetzt passiert genau das, was ich vermutet habe. Die greifen nämlich jetzt auch außerhalb an. Oh, jetzt könnte es, jetzt könnte es echt knapp werden. Ja, auf jeden Fall wieder nach unten. Die greifen natürlich hier erstmal. Äh, re-pa-ri-rennen. Genau, dann müssen wir hier auch noch mal. Nein, die wollen wir erstmal so einnehmen. Oh, der macht mir mein Dings kaputt. Das spielt ja wohl. Oh. Oh, low power. Ne, das, das riskiere ich nicht. Da, boah, lieber erst mal den vorab. Ja, da wird das mal weggehen. Tee, vom Herkennen. Geoshade. so die ziehen sich erst mal zurück so der kommt auf jeden fall hier noch mit hin 13 5 haben wir das wenn die uns jetzt nicht groß auseinander nehmen sollte das eigentlich alles schaffbar sein machine gun turret under attack harvester under attack und dann seine blöde Atombaum ist gleich schon wieder fertig oder wahrscheinlich jetzt hier oben rein machine gun turret under attack oder hier hier reindrückt machine gun turret under attack was ist denn alles mal wieder hier vorne das ist auch ok das kostet nämlich 2 auf meine Bruder ja das stört mich ja nicht so 16 2 haben wir und ein Radar wäre glaube ich mal ganz cool ich weiß nicht wie viel braucht das Radar 75 andere habe ich noch ok jetzt können wir hier oben wieder besucht ja das ist kein Problem ja da wird es doch ein bisschen Radar ist fertig aber wirklich fliegen geht mir doch auch nix ich renne jetzt mal einfach da mit welchen da hin leuchtet noch alles hier ist nix mehr wo fahren meine Harvester jetzt eigentlich hin wir sind hier ja 18 haben wir jetzt ja das ist ja echt einiges aber tausend brauchen wir noch das haben wir so gut wie geschafft haben wir das 19.4 19.6 19.7 8 9 und geschafft war dann immer gar nicht so schwer so was sagt denn hier die destroy for enemy air control ja wahrscheinlich hier irgendwo in der Ecke und ich sitze dann irgendwo woanders ich würde aber sagen die Folge ist erst gerade 40 Minuten lang die Mission starten wir schon mal so destroy for enemy air control den machen wir erstmal direkt hier nehmen dann braucht er gar nicht so weit fahren die Gegner können von da kommen und von da kommen hier vorne was habe ich denn hier wieso habe ich denn hier schon so viele eins zwei drei vier vier fünf ach du meine bitte und was ich echt sagen muss wir gehen die Atombomben mittlerweile echt auf den senkel die stören mich konstrukte aber sie sind alle weiß das ist doof da kriege ich nicht raus wer jetzt welcher ist motor pool complete konstrukte mal haben wir schon was gedacht dass sie da zuerst angreifen werden also der hat ja keine Atombombe so wir halten jetzt hier mal gerade rein hier ist auch keiner Wollen wir mal kurz hier stehen dass ich hier mal weiter bauen kann na ne das ist blöd komm wir hier mal rein weil ich will die Atombombe weg haben das ist klar im endeffekt muss da als früh wie möglich alles hin konstrukte so dann brauchen wir jedenfalls das naja mach ruhig stört mich nicht so dann bauen wir ein Dächtcenter damit wir mit Panzer bauen können so jedenfalls er hier hat auf jeden fall die Atombomben ich habe ein Transporthobby ich habe vier Panzer natürlich jetzt die Frage genau genau über das gegnerische den rüber ob wir das mit denen schaffen mal sagen wir bauen uns mal gerade wir fahren wir fahren wir fahren wir fahren hier hin fahren erstmal hier hin hier fahren wir erstmal hin oh hier ist auch ein gut los die Leute können wir mal kapieren oh das waren die hier alle dann gehen wir mal wieder rum das könnte man sonst gleich dann schon löse endlich für mich das bin ich Ich jetzt? Das habe ich mir schon genau so gedacht. So, wie viel habe ich da an der mir jetzt gerade kaputtgeballert hier? Ich mache die ruhig jetzt gerade mal vor. So, hier haben wir schon mal wieder den Harvester. Den können wir da auch hinschicken. Dann schicken wir da. Ne, ist eigentlich relativ egal, wo wir den hinschicken. Constructing. So, du kannst auch direkt da hinfahren. Wieso habe ich so viele davon? Okay. Constructing. Repairing. Ach, die Ding ist auch schon wieder fertig. Ich habe jetzt noch so viele gefällig, dass es die Leute... Oh, jetzt sind sie wieder schon hier vorne. Das ist jetzt extrem scheiße. Ich tue jetzt wieder hier hin. Boah, echt jetzt? Oh, mein Lieber. Konstruktion. Repairing. Low power. Repairing. Rocket. Destroy. Boah, mein Lieber. Repairing. Komm her, geht da hin. Power plant. Complete. Constructing. Back. Rocket tank. Destroy. Repair. Power plant. Complete. Das ist schon krass wie die so die sagen wenn wir jetzt erstmal freude diese folge und sehen aber nächstes mal wie es ausgeht